Hallo! Und wie geht es uns? Uns sind in Tissana ein Eistigvertrag. Wir sind sicherlich nicht mit Verträgen, dass nicht Boxen und Chaos und alles wie viele Flecken greift. Aber, naja, und sonst ist es richtig? Ein! Auf dem Dachlandstelle weiss ich über 5 Meter für 2 Uhr morgens. Ich lege das mal wieder hoch. Ich reiche das hier weg. Daarna vat ich das in ein Plastikauwer, das nicht kann schmelzen. Und losst es dann für 6 Uhr lang um zu stoel. Wanneer es zu stoel ist, kann ich die Alkohaar in ein Vögelstelle nach dem Bad gestoord haben. Nach 2 Meter soll ich ein Merkvordig verschloss sein.